Ja, denn die haben sich inzwischen gefunden. Michael Skibbe zum vierten Mal hintereinander mit derselben Startelf. Dazu letzten Mittwoch das 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Also auch das Selbstvertrauen wieder da. Der Kapitän Carsten Ramelow, die fünfte Spielminute. Leverkusen mit dem ersten vorsichtigen Angriffsversuch. Zunächst Berbatov, dann kommt der Ball zu Andrzej Voronin. Der ist gestern Vater geworden. Er wollte seiner Tochter unbedingt ein Tor widmen. Überraschung auf der Schalker Bank. Ebbe Sandt musste hier Platz nehmen. Ein anderer Däne bekam den Vorzug Sören Larsen nach starken Leistungen im Training. Frank Rost, neunte Spielminute und gleich mal die Möglichkeit zu kontern. Und das im eigenen Stadion. Das ist Sören Larsen zunächst gegen Mardoni, dann gegen Ramelow und dann gegen Butt. Das dritte 0 zu 0 in Serie verhindert. Aber was stümperte Leverkusen da hinten rum? Zunächst Mardoni verliert den Zweikampf. Dann das Luftwoch von Ramelow und dann das Auge von Sören Larsen. Wie im Hinspiel beim 1 zu 1. Sören Larsen, auch heute erfolgreich. Und der Trainer Mirko Slomka. Alles richtig gemacht beim Wechsel. Larsen für Sand und Sören Larsen, der bedankte sich beim Chef. Bayer Leverkusen alles, nur kein frühes Gegentor. Das war hier die Ansage vor dem Spiel. Und jetzt war das Problem da. Selbst verstuldet. Jetzt mal Berbatov gegen Kristaic. Berbatov in der Mitte. Atierson. Riesending hier und abgefiffen nach dem hohen Bein von Vorony. Die schöne Vorarbeit von Berbatov gegen Kristaic. Und dann Bordon, Sieger im Duell der beiden Brasilianer. Gerald Asamoah wieder im Kader. Noch eine weitere Option für Slomka. Asamoah fehlte ja in Gladbach wegen Magen-Darm-Problemen. Am Mittwoch ebenfalls nicht dabei. Christian Paulsen, der war gelb gesperrt. Heute aber wieder auf seiner Position. Auf der Sechs. Aber auch mit Offensivaktion. Da ist er. Christian Paulsen gegen Jörg Butt. Sehr oft viel. Zu viel Platz für Schalke. Leverkusen zu halbherzig. Michels Kippe nachdenklich. Und nach einer Viertelstunde gab es gleich wieder was zu bemängeln. Der Zweikampf von Atierson gegen Rafinha. Was war das denn für ein Zweikampfverhalten? Atierson wird ermahnt hier von Schiedsrichter Florian Meyer. Die Aktion hier gegen Rafinha. Ungeschickt, hilflos. So wirkte das Ganze. Der anschließende Freistoß von Lincoln. Natürlich mit vorne die langen Innenverteidiger. Sie haben es gesehen. Ein Kristajc und Bordon. Da ist Bordon. Und da ist Kristajc. Tore schießen leicht gemacht. Leverkusens Abwehr. Das sah aus wie in der bunten Liga. Und Kristajc. Der bedankt sich für so viel Platz. Und so viel Zeit hier nach dem Zweikampf von Bordon gegen Schneider. Nach knapp einer halben Stunde reagierte Skibbel, brachte Paul Freyer für den völlig indisponierten Atierson ein Offensivzeichen also. Aber nach vorne spielte weiter nur Blau-Weiß. Das ist Rafinha. Rafinha im Zusammenspiel mit Lincoln. Wieder Rafinha und vorne wartet. Bei Ramovic gegen Juan. 3-0. Bei Ramovic. Und schöne Grüße an seine Fans. Sein erstes Tor für Schalke. Aber Leverkusens Defensive ein Desaster. Ein ganz simpler Doppelpass mit Ansage hier zwischen Lincoln und Rafinha. Und dann bei Ramovic gegen Juan und gegen Maduni. Mirko Slomka, sein erster Heimsieger als Cheftrainer, fast gesichert hier. Und Ersatzkeeper Christopher Heimeruth küsst hier den Schuh von Bajramovic nach einem Kopfballtreffer. Aber lustig ging es zu auf Schalke. Nur für ihn, nicht für Michael Skibbel. Wenige Minuten noch bis zur Pause. Das ist der eingewechselte Paul Freyer. Bernd Schneider machte viel über die rechte Seite. Und da ist Voronino. Und der Ball ist plötzlich drin. Schalke ließ sich hier anstecken von Leverkusen. Nachlässig. Und 1,78 Meter Voronin. Kopfballsieger hier gegen 1,90 Meter. Bordogne. Andrzej Voronin. Das Tor für Töchterchen Mascha und für Leverkusen. Doch noch ein Erfolgserlebnis. Aber noch war nicht Schluss. Maduni am eigenen Strafraum. Leverkusen weiter schwer verunsichert. Lincoln hinten wartet. Sören Larsen. Sören Larsen. Es blieb beim 3 zu 1 nach den ersten 45 Minuten. Rudi Völler und Klaus Fischer. Kurzer Plausch zweier ehemaliger Torjäger. Und die wussten, auch letzte Saison stand es hier 3 zu 1 zur Pause. Und am Ende hieß es aber 3 zu 3. Und er war natürlich dabei, Rudi Assauer. Und ich verspreche Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt bloß nicht aufstehen. Es wurde ein irrer Fußball-Nachmittag. Direkt nach Wiederanpfiff. Genau 23 Sekunden. Schalke macht den Auftakt durch Lincoln. Und wieder nach Stellungsfehler im Leverkusener Abwehrsieb. Michels Kibbe ließ jetzt volles Risikospiel. Cino weg im Spiel. Ramelow draußen. Hinten nur noch zwei Innenverteidiger. Mann gegen Mann ließ er spielen. Dadurch Überzahl im Mittelfeld. Und Platz. In diesem Fall hierfür Bernd Schneider. Bernd Schneider jetzt Kapitän für Ramelow. Und Berbatov nur noch 2 zu 3. Und noch waren 40 Minuten zu spielen. Und erneut ein Stellungsfehler von Bordon. Und Berbatov, der trifft jetzt zum zweiten Mal in dieser Woche. Das hat er auch schon lange nicht mehr gehabt. Michels Kibbe, hier geht doch noch was. Denn auch Schalke hinten alles andere als stabil. Nochmal zur Erinnerung. 3 zu 3. Das gab es hier schon zweimal zwischen diesen beiden Mannschaften. Lincoln. Kevin Kourani. Einfach mal probieren. Und der ist drin. 4 zu 2. Kevin Kourani. Der Schuss eher eine Notlösung. Aber Jörg Bode passt sich hier dem unterirdischen Niveau seiner Vorderleute an. Und Kevin Kourani. Endlich ein Tor von ihm nach mehr als 10 Bundesliga-Stunden. Und dafür war er sehr, sehr dankbar. Knappe halbe Stunde noch. Schafft Leverkusen noch einmal den Anschluss? Zunächst Schalke wieder mit dem starken Rafinha. Dann Sören Larsen. Sören Larsen. 5 zu 2. Vier Monate hat er nicht getroffen. Jetzt gleich im Doppelpack. Und wieder ein Fehler in der Abwehr. Diesmal Bernd Schneider. Gut als Torvorbereiser. Aber dann dieser Stellungsfehler. Und klasse gemacht von Sören Larsen. Chapeau, Herr Slomka. Wir ziehen den Hut für diese Aufstellung. Bayer 04 Leverkusen. Die Einstellung. Sie stimmte. Sie versuchte noch einmal ranzukommen. Wieder über Bernd Schneider. Dann die meisten Ballkontakte. Schneider, Fehler Bordon und Voronin. 5 zu 3. Gute Stunde gespielt und vorausgegangen. Wieder ein Fehler von Bordon da. Sein dritter und Jungvater, Boronin. Klasse Tor. Sein zweites heute. Und Frank Ross konnte sich kaum auszeichnen. Bisher hat er jetzt aber schon drei kassiert. Komischer Nachmittag für ihn. Aber es stand ja 5 zu 3 für den FC Schalke 04. Die letzten 20 Spielminuten. Bernd Schneider, Zweikampf-Sieger hier gegen Kobayashvili. Der eingewechselte Cenovel gegen Kristaj. Da ist er Zweikampf-Sieger. 4 zu 5 aus Leverkusener Sicht. Das gibt es doch gar nicht. Direkt getroffen. Und auch heute wieder 6 zu 4. Heute gab es alles hier. Das war kein normaler Fußball-Nachmittag. Das war ein Besuch im Vergnügungspark. Viele, viele Attraktionen. Viele Künstler. Und einer davon hieß Lincoln. Und mit Vergnügen holte sich hier die gelbe Karte ab. Er musste so jubeln. Er musste das Trikot ausziehen. Das gehörte hier einfach dazu. Vorschriften gegen den Spaß. Die durften einfach nicht mit ins Programm. 6 zu 4. Die Schlussphase. Und es gab noch mal einen Nachschlag. Und auch der war ganz was Feiles. Gerard Asamoah gegen drei Leverkusener. Gerard Asamoah gegen Madoni. Gerard Asamoah. Edel, Edel, Edel. Sieben zu vier. Gerard Asamoah mit noch mehr Schlagsahne auf diesem wunderbaren Fußballkuchen. Mirko Slomka, sein viertes Bundesligaspieler-Chefcoach. Und gleich ein Stück Bundesliga-Geschichte. Elf Tore oder mehr in einem Spiel. Das gab es zuletzt vor 24 Jahren. Beim 11 zu 1 von Dortmund gegen Bielefeld. Erklärungsversuche nach einem faszinierenden Bundesligaspiel.